Herzlich willkommen zum Matt-Rätsel vom 12. Oktober 2021. Weiß zieht und setzt in zwei Zügen Schachmatt. Und hier hilft ihm eine Ablenkung. Versucht das bitte von vorne bis hinten zu berechnen. Weiß würde gerne hier auf H7 schlagen und matt setzen, aber der Läufer deckt das Feld H7 oder den Bauern. Deswegen muss Weiß mit Turm C6 Schach den Läufer ablenken. Der König, der Schwarze, kann nirgendwo hin. Deswegen Läufer schlägt C6 und dann Turm schlägt H7 Schachmatt. Der Turm gedeckt vom Springer, deckt auch das Fluchtfeld G6. Der Bauer hier deckt das Fluchtfeld H5. Habt ihr bestimmt alle gefunden. Und was ihr morgen wieder finden müsst, ist den Weg zu meinem Kanal, um das nächste Matt-Rätsel zu lösen. Bis dann, macht's gut.